Mein Name ist Karl Schulters, ich bin Ratsherr der Stadt Aachen, im Frankenberger Viertel direkt gewählt. Und ich bin auch als Ausschussvorsitzender im Landtag am Thema Kultur insbesondere interessiert, natürlich auch an die kulturelle Entwicklung in unserer Stadt. Hallo Karl, im Betriebsausschuss der Volkshochschule wurde über die Struktur der VHS gesprochen. Warum wurde nicht öffentlich getagt und was wurde beschlossen? Der Kulturausschuss hatte eine Kommission eingesetzt, eine Strukturkommission für die Volkshochschule. Und es sollten die Ergebnisse beraten werden. Es war jetzt die Frage, nicht öffentlich oder öffentlich, aber da natürlich mit Strukturen auch immer Personalfragen, personalrechtliche Fragen womöglich verknüpft sind, wurde empfohlen, diesen Tagesordnungspunkt im nicht öffentlichen Teil zu diskutieren. Das heißt nicht, dass die Ergebnisse der Kommission auch öffentlich diskutiert werden müssen. Sie müssen ja auch öffentlich bekannt gemacht werden, in der Volkshochschule selbst, aber natürlich auch in der interessierten Öffentlichkeit. Die Kastemittel, also die Mittel für die freie Kulturszene, sollen erhöht werden. Was ist das Ziel der Mehrheit? Wir haben seit 1989 die Mittel für die Kultureinrichtungen außerhalb städtischer Einrichtungen, also städtischer Einrichtungen wie das Aachener Theater oder die Aachener Museen, die Mittel nicht erhöht. Das ist ein Haushaltsansatz von 323.000 Euro, rund genannt. Aber wir haben in der Koalitionsvereinbarung festgeschrieben, dass die Mittel für die freie Kultur, um es vereinfacht auszudrücken, erhöht werden sollen. Das ist natürlich in einer schwierigen Haushaltssituation nicht einfach. Das sind sogenannte freiwillige Ausgaben, wie wohl wir wissen, Kultur ist ein Lebensmittel, auch in unserer Stadt. Deshalb haben wir beschlossen, zunächst einmal aus dem Etat des Kulturbetriebs heraus, im nächsten Haushaltsjahr 2015, in diesem Jahr haben wir das beschlossen, weitere 25.000 Euro zusätzlich zur Verfügung zu stellen und die Verwaltung zu beauftragen, wie man auch in den nächsten Jahren diesen Haushaltsansatz entsprechend dynamisch entwickeln kann. Ich gehe davon aus, dass wir sukzessive dann in den nächsten Jahren, in den Haushaltsjahren, diesen Haushaltstitel erhöhen werden. Danke für dein Statement. Bitte.